Wissen wir ganz genau, ohne Eignung wäre der Alltag so grau. Korn, Bier, Schnapps und Wein und wir hören unsere Leber schreien. Denn eins, das wissen wir. Endlich ist er wie da, wo er hingehört. Schon immer ge-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Du spuckst? Nein, 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 das ist gar keine Spucke. Ich할phase Nein, 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 bleiben Sie auf den Philadelphia-Spduhlern! Willkommene im Haubtipp... Ist auch gut. Wir können wieder märkte, was machen wir jetzt? Die Kohle habe ich auch schon leer. Nee, niemals, niemals, ich bin mal zugegeben. Nee, du bist keines Video-Verwerbs.